Hallo meine lieben Freunde, ich bin Hannes Zekuk und ich bin zu den Kraftsportlern übergegangen. Wie ihr das schon in den letzten Videos erfahren habt, will ich mehr über Ernährung reden und Stoffwechsel und sonstiges. Heute will ich euch einmal nur zeigen kurz, was ich jeden Morgen frühstücke. Ich habe ein einheitliches Frühstück und das besteht eigentlich nur aus Frischkäse, Vollkornbrot und Geflügelwurst. Ja, im Kraftsport ist eine gesunde Ernährung das Wichtigste. Ich starte meinen Anfang immer mit Roggenbrot. Hier ist es. Das hat viel Energie. Und morgens, wenn man aufsteht, braucht man noch viel Energie. Hier nehmen wir nochmal zwei Scheiben. Dann habe ich hier Fischkäse. Ganz mal Standard Fischkäse. Nehme ich hier ein Messer. Und schmiere das hier einmal drauf. Ja, der Körper braucht viel Eiweiß. Man sagt, ein Durchschnittsmensch braucht ungefähr 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm. Das bedeutet... Ja, was bedeutet das? Also ich nehme zum Beispiel 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm zu. Zu mir, ich wiege 100 Kilo. Also benutze ich 100 Gramm Eiweiß. Damit meine Muskeln sich stärken. Es gibt natürlich auch Hardcore-Gesottene, ich habe hier meine Gurke, es gibt natürlich auch Hardcore-Gesottene Trainer, die verschreiben ihren Sportlern dann eine Eiweißkur von bis zu 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm, was natürlich viel zu viel ist. Für den normalen Menschen sollte wirklich eigentlich 0,8 pro Tag pro Kilogramm wirklich ausreichen, um ein gesundes Leben zu führen. Hier habe ich Hähnchenbrustfilet, ganz Standard, gibt es überall zu kaufen, hat auch viel Eiweiß. Nochmal hier 1, 2, 3. Dann nochmal einen Salatkopf, nehmen wir einfach mal hier so ein großes Blatt, reißen das weiße ab und klappen unser Brot jetzt zu. Einmal in der Mitte durchschneiden. Jetzt kommt unser Eiweiß-Shake. Ich habe hier meinen Shaker, ich habe hier so eine, ich zeige euch das mal, so eine Shaker-Kugel, die sind richtig gut, die packe ich hier rein. Ich benutze Wasser, ich habe hier 250 Milliliter Wasser drin, und dann habe ich meinen Eiweiß-Pulver, das zeige ich euch, warte, nehmen wir mal so einen, so ein Cup-Ding, da sind ungefähr, ja, das sind jetzt 24 Gramm, und dann shake ich das. Das ist nichts anderes als einmal kurz shaken. Fertig ist mein Frühstück. Dazu trinke ich noch irgendeinen Tee meiner Wahl, meistens grünen Tee, weil grünen Tee entwässert sehr gut und hilft bei der Fettverbrennung. Grüner Tee, bester Tipp. Wenn ihr abnehmen wollt, trinkt viel grünen Tee. Was auch gut hilft, zeige ich euch beim nächsten Mal. Euer Hennessy Cook.